Ja moin, was geht ab? Weiter geht's mit einem neuen Statement-Video und diesmal zum Thema Are you the one? Wir wollen uns das aktuelle Statement von Mike anschauen, denn er hat eine sehr interessante Fragerunde zu den aktuellen Folgen, also Folgen 9 und 10, beantwortet. Und ganz kurz vorab, falls ihr mein anderes Video von heute nicht gesehen habt, also das zu Maurice-Statement bezüglich des Sommerhauses, weil ihr euch vielleicht nicht für diese Sendung interessiert und nur Aito schaut oder so, möchte ich mich auch bei euch ganz, ganz herzlich bedanken, denn seit gestern sind wir 7500 Abonnenten. Ich freue mich mega über jeden Einzelnen von euch und danke euch von Herzen für eure Unterstützung. So, und jetzt legen wir los mit Mike. Freunde, wir gehen direkt rein, direkt mit so einer Frage. Wer nicht Aito geschaut hat, der muss halt erst gucken, um zu verstehen, was ich jetzt sage. So, Freunde, ich habe Kim nicht sofort aufgegeben. Sie hat mich gefragt, ob ich was Ernstes bei dem Gespräch dann, ob ich dann was Ernstes weitersuche. So, da habe ich gesagt, auf Perfect Match Basis. Es geht um Perfect Match. Wir sind bei Aiso 1 und da müssen wir das Spiel weiterspielen. Das haben wir auch vorher zehnmal kommuniziert, so, dass das dann passieren würde. So, das heißt aber nicht, dass ich zu ihr nur einen Ton gesagt habe, ich will das jetzt beenden. Habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, auf Perfect Match Basis müssen wir beide weitergucken. Und wenn es dann, keine Ahnung, nach zwei, drei, vier, fünf Tagen, keine Ahnung wie lange, dazu kommt, dass man mit dieser Person, wo man denkt, dass das Perfect Match auf einmal eine bessere Verbindung hat als zu mir oder sie zu mir oder ich zu ihr, dann ist es halt so. Das heißt nicht, ich würde mich darüber freuen, aber heißt auch nicht, dass ich jetzt Drama mache. Ja, es ist korrekt, dass Mike Kim Virginia jetzt nicht abserviert hat. Also als Kim Virginia gesagt hat, er hat es beendet, war das natürlich ein bisschen übertrieben. Das hat er so nicht gemacht. Nichtsdestotrotz kann ich sie absolut verstehen. Denn wie war es denn? Die beiden kennen sich zum aktuellen Zeitpunkt anderthalb Wochen, weil Aito wird drei Wochen lang gedreht. Wir sind bei der Halbzeit, also ungefähr anderthalb Wochen. Beide haben nach irgendwie drei, vier Tagen schon gesagt, boah krass, wir hatten beide schon lange nicht mehr so eine Verbindung zu jemandem und so, haben sich dann relativ schnell darauf geeinigt, dass sie exklusiv miteinander sind. Gut, da hat Kim gegen verbrochen, darüber haben wir ja schon gesprochen, mit dieser Selbstsabotage und so. Aber Mike hat ihr Verziehen, also ging es weiter. Die beiden waren weiterhin exklusiv miteinander, haben miteinander geschlafen und so weiter und so fort. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, bevor diese Matchbox-Entscheidung kam, waren sie auf dem Standpunkt, wir sind exklusiv miteinander und daten nur einander. Dann kam diese Entscheidung und ganz ehrlich, ich gebe da sowieso einen Scheiß drauf, was bei dieser Matchbox-Entscheidung rauskommt. Die Leute werden gecastet, dann wird geguckt, wer passt zu wem und wenn da irgendwelche Leute irgendwie nicht zusammenpassen, dann werden die auch noch zusammengewürfelt, damit es irgendwie vorne und hinten passt. Nach jeder Staffel sehen wir, wie Kandidaten sagen so, hä, oder nicht alle, aber viele so, hä, wir passen gar nicht zusammen, wer hat sich das denn ausgedacht? Also sowohl die Zuschauer als auch die Kandidaten selber, die sich ja am besten kennen eigentlich. Das heißt, ich halte wirklich viel von Mike in dieser Staffel. Er hat super, super Seiten gezeigt, egal ob das mit dieser Konfrontation mit Sophia war oder in dieser Kondomsache oder so. Mega Eindruck gemacht, aber hier, ich sage euch ganz ehrlich, das ist das Dümmste, was ich seit langem gehört habe, dass man wirklich sagt, man möchte andere Leute daten und auf Ernst, sagen wir mal, kennenlernen, weil irgendwelche Experten in Anführungszeichen gesagt haben, dass die beiden kein Match sind. Und das heißt, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich finde es völlig in Ordnung und auch richtig, wenn man sich zum Beispiel mit, keine Ahnung, jeden Tag eine Stunde mit einem Kandidaten hinsetzt und dann mit dem nächsten Tag nochmal zwei Stunden mit zwei anderen Kandidaten oder so, damit man nicht den ganzen Tag mit Kennenlernen beschäftigt ist, aber dass man sich mit den Leuten austauscht, ja. Die Leute füllen vorher einen fucking Fragebogen aus. Der ist vielleicht auch lang, aber der ist mit Sicherheit nicht so lang, dass man den irgendwie drei, vier Tage lang durchgehen muss, dass man miteinander rummachen muss, damit man wirklich Gefühle füreinander aufbauen muss oder so. Das ist für mich absoluter Quatsch. Man kann die Leute auch so einfach kennenlernen und gucken, passen unsere blöden Fragebögen zusammen, könnten wir ein Match sein oder nicht. Also das hat für mich absolut keinen Sinn ergeben, weil ich persönlich auch von diesen Matches überhaupt nichts halte. Ich finde das gut fürs Spiel interessant und so, das rauszufinden anhand dieser Fragebögen. Aber wer wirklich zueinander passt und wer eigentlich Chemie miteinander hat und wer sich angezogen fühlt, das ist eine ganz andere Sache. Ja, also ich habe es offen gelassen. Also man weiß nie, was passiert und wir sind da jetzt, ich weiß nicht welcher Tag das war, Sechster, Siebter, keine Ahnung. Und ich konnte da jetzt von meiner Seite aus noch nicht von Gefühlen sprechen. Gefühle dauern sehr lange bei mir. Wir fanden uns gut, wir fanden uns anziehend und dachten, wir sind ein perfektes Match. Auf diesem Grad war ich dann. Und davon aus habe ich dann weitergemacht. Und das Gespräch konnten wir ja nicht zu Ende führen, da sie aufgestanden ist und gegangen ist. So, und dann habt ihr ja gesehen, dann ging es los. Ja, es ist auch absolut nichts Verkehrtes daran, wenn Mike ein bisschen länger braucht, um Gefühle aufzubauen. Wir Menschen sind alle unterschiedlich. Kim ist da vielleicht von der schnelleren Sorte, wenn es wirklich Klick macht und sie sich wirklich einmal öffnet, dann geht es anscheinend ein bisschen zackiger. Mike braucht da anscheinend länger und beides ist in Ordnung. Klar kann das zu Problemen führen, wenn man, wenn sich zwei Leute daten, die da eben so ein bisschen unterschiedlich sind. Aber nichtsdestotrotz haben beide gesagt, so eine Verbindung hatten wir schon lange nicht mehr und wir matchen total super und so. Und sie haben sich darauf geeinigt, exklusiv zu sein. Nochmal, klar, Kim hat dagegen verstoßen, aber Mike hat ihr verziehen. Das heißt, die beiden haben so weitergemacht, waren nur noch miteinander und wollten keine anderen mehr kennenlernen. Nein, Mike hat ihr somit Sicherheit gegeben. Und klar, die beiden waren nicht in einer offiziellen Beziehung, aber Kim hat ihre Wand, wie nennt man das, ihre Wand fallen lassen? Ach, keine Ahnung, ihre Mauer eingerissen, hat Mike mehr von sich gezeigt, hat sich auf ihn eingelassen und hat Sicherheit von ihm bekommen. Diese Exklusivität ging ja auch eigentlich mehr von ihm aus, dass er das zuerst angesprochen hat. So, das hat Kim Sicherheit gegeben. Und jetzt auf einmal, auch wenn Mike nicht, in Anführungszeichen, richtig Schluss gemacht hat und gesagt hat, ich will nichts mehr von dir wissen, hat sich das Ganze auf einmal wieder geändert. Kim hat ihre Mauer runtergerissen und auf einmal sagt Mike, nee, wir sind doch nicht mehr safe. Ich will jetzt auch andere kennenlernen. Nö, wir können uns ruhig weiter kennenlernen, aber ich kann dir keine Sicherheit mehr geben. Ich date auch noch andere und vielleicht verstehe ich mich mit denen besser. Natürlich ist das scheiße, vor allem für eine Person wie Kim Virginia, wo man sieht, dass sie eigentlich sehr, sehr unsicher ist und eigentlich, glaube ich, tiefe Probleme hat, was sie ja auch selber so ein bisschen angesprochen hat. Bei meiner Erfahrung nach ist es in den allermeisten Fällen so, nicht immer, aber in den allermeisten Fällen, dass Leute, die so eine Fassade aufgebaut haben und wirklich alles so überspielen und so cool sind mit allem. Und ihr wisst, was ich meine, halt Kim Virginia Art, dass die eigentlich in ihrem Leben schon ordentlich Scheiße gefressen haben und eigentlich innerlich sehr, sehr unsicher sind und das eben mit dieser Fassade überspielen wollen. Versteht ihr, was ich meine? Schreibt sehr gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, würde mich interessieren. So, ja, da kommen wir zum nächsten Thema. Wenn sie dich mit einem sofort rumgemacht hätten, wäre es anders gelaufen. Ich glaube nicht, weil ich habe ja meine Grenzen schon mal erklärt, meine Werte, die ich kenne und ich respektiere mich da so viel selber, dass ich da einfach einen Cut ziehen kann. Ich habe ihr schon eine zweite Chance gegeben. Sie hat ja einmal schon meine Ansichten darüber, wo sie mir da zugestimmt hat, nicht respektiert und gebrochen und da habe ich schon einmal über meinen Schatten gesprungen, weil ich im echten Leben so auch niemals machen würde. Habe ich da gemacht und dann nach dem Gespräch, was dann einfach so beendet worden ist, ohne ein Ergebnis zu erzielen, ist es dann los und hat das dann wieder gemacht und da war für mich auch schon klar, alles klar, das Ding ist over. So, dann war bei mir schon klar, das Ding ist over. Und dann kam das für mich noch Schlimmere, der nächste Tag, wo ich dann mit ihr gesprochen habe. So, hier noch so eine ähnliche Frage und alle, die jetzt so denken, ich weiß nicht, ob ihr alle so geguckt habt oder ob ihr ihr Augen zu hattet, ich habe ihr ja schon eine zweite Chance gegeben. Sie hat ja schon einmal mich hintergangen, sage ich mal. Wie viele Chancen soll ich denn da einem Menschen geben? Und dann ist halt bei dem Gespräch so, ja, ist halt so komisch rüber, sie hat halt aus Perfect Match suchen Game Over gemacht, für sich selber. Habe ich nie gesagt, beendet habe ich nie, ich habe nie gesagt, ist beendet, habe ich nicht. Ich habe gesagt, wir müssen hier weiter gucken und dann gucken, was passiert. So, na gut, egal, nächster Tag, Gespräch, Asten, Hund und so, da war bei mir komplett over. Da war komplett, wenn du keinen Respekt vor mir hast, bist du sowas von raus aus meinem Leben. Reißleine ziehen und einen Cut, zack. Erstmal muss ich sagen, ich finde es richtig gut, dass Mike auf jeden Fall eine Entscheidung trifft und auch bei dieser Entscheidung bleibt. Ich finde es auch in Ordnung, jemandem nochmal eine Chance zu geben. Vor allem, wenn man sieht, okay, derjenige, der hat eingesehen, der hat einen Fehler gemacht und hat das direkt selbst reflektiert. Weil es ja so war, als Kim mit Paco rumgemacht hat, ist sie ja direkt zu Mike gekommen und hat gesagt, ich habe Scheiße gebaut und so. Und hat selber sofort gesehen, dass es ein Fehler war und auch, warum sie das gemacht hat. Weil sie anscheinend der Typ dafür ist, der Selbstsabotage des Öfteren scheinend betreibt. Und ich finde es dann auch völlig in Ordnung, wenn man sagt, okay, hier ziehe ich jetzt die Grenze und dann noch dabei bleibt. Weil wir sehen ganz oft im Fernsehen oder auch im Privatleben, dass Leute sagen, so, jetzt ist es over, so, das war es jetzt oder wie auch immer. Und dann war es das aber doch nicht. Klar, Emotionen sind kompliziert und manchmal sagt man auch Dinge, die man im Endeffekt gar nicht so gemeint hat. Oder fällt vor, schnell eine Entscheidung oder so. Aber gerade, wenn Gefühle von einer anderen Person sind, finde ich es von Mike echt cool, dass er bei dieser Entscheidung bleibt. Ich glaube, nicht alle hätten das gemacht. Ich glaube, viele wären dann vielleicht auch nochmal darauf eingegangen und hätten sie nochmal geküsst oder sogar nochmal mit ihr geschlafen, weil sie dann horny sind oder so. Aber Mike hat gesagt, nein, erstens, ich bleibe mir selbst treu und meinen Werten. Und zweitens, hat er das jetzt schon gesagt, jetzt kommt das noch, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Aber auf jeden Fall wollte er ihr auch nicht nochmal Hoffnung geben. Und das ist ja auch eine Sache, die wir im Trash-TV oft gesehen oder auf jeden Fall ein paar Mal gesehen haben, dass Leute wieder mit anderen Leuten schlafen und ihnen Hoffnung geben, weil diese Menschen noch Gefühle für die Person haben. Wenn wir jetzt irgendwie an Yassin und Paulina denken oder an Tommy und Sandra und so. Und klar kann man da sagen, bin ich auch ein Fan von Eigenverantwortung. Die Paulina und Sandra müssen selber wissen, ob sie dann nochmal mit ihren Ex-Partnern schlafen und selbst die Verantwortung dafür übernehmen. Aber nichtsdestotrotz finde ich auch, dass man, wenn es wirklich nur um Sex geht, dass man sich dann auch jemand anders suchen kann. Also an Yassins und Tommy Stelle und eben hier auch an Mike Stelle dann eben, was er auch getan hat, beziehungsweise eventuell noch tun wird. Mal gucken, was kommt. Ja, genau, dass man sich auch jemand anders suchen kann, statt eben der Person, wo man weiß, die hat Gefühle für mich, nochmal Hoffnung zu geben. Ja, und ich habe tatsächlich zu 100 Prozent gedacht, dass wir ein Perfect Match jetzt sind. Der Überzeugung war ich da. Ja, deswegen. Für mich war auch eine neue Situation, aber ich habe versucht, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass wir bei iOS 1 sind und dann gucken, wie wir weitermachen. Das habe ich versucht, rüberzubringen. Ist halt nicht so rübergekommen. So, nächste Tag. Hund, bliblablub hier. Ascendent. Vorbei. Dann das Thema Crush. Natürlich weiß ich, was ein Crush ist. Ich wollte nur wissen, wie sie Crush definiert. Was sie unter Crush versteht für sich. Und das wollte ich von ihr wissen. Punkt zwei. Punkt drei. Herz gebrochen. Ja, und da habe ich halt gemerkt, dass sie anscheinend weiter war als ich, weil so Gefühle und so von meiner Seite aus waren jetzt nicht. War halt so cool, war so Schmetterling im Bauch mäßig, aber nicht, dass ich jetzt sage, so verliebt sein oder irgendwie so. Da war ich nicht an dem Punkt. Ich habe halt 100 Prozent darauf hingegeben. So. Ja, machen wir das nochmal hier. Also ich habe 100 Prozent da hineingesteckt, um dahin zu kommen. Dass man verliebt sein könnte, dass das irgendwie weiterführend irgendwas hat. Perfect Match Basis drüber hinaus. I was one Basis drüber hinaus. Und ja, ich gebe da, wenn ich halt einen Fokus habe, habe ich halt einen hundertprozentigen Fokus. Und da lasse ich mich dann auch nicht ablenken. Ja, du lässt dich halt so lange nicht ablenken, bis dann irgendein Experte kommt und sagt, ihr seid kein Perfect Match. Dann lässt du dich schon ablenken, weil du dann eben hingehst und nicht ausschließt, dass du andere Frauen aufernst, wie man heutzutage sagt, kennenlernst. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin absolut der Überzeugung, dass man weiterhin seinen aktuellen Dating Partner, also in dem Fall Kim Virginia, exklusiv daten kann, aber mit anderen Frauen eben ganz normal sprechen kann und gucken kann, okay, wo haben unsere Fragebögen gepasst und wo vielleicht nicht. Kommst du auf dem Papier, literally, für mich als Perfect Match in Frage? So, und zum Thema Perfect Match möchte ich noch eine Sache anmerken und zwar, wer sagt eigentlich, dass die Produktion den Plan nicht nochmal umgeworfen hat? Zum aktuellen Zeitpunkt ist es mathematisch nicht möglich, herauszufinden, wer die ganzen Perfect Matches sind. Auch wenn man Stift und Zettel, auch wenn man eine Excel-Tabelle hat, weil es aktuell noch viel zu viele Kombinationsmöglichkeiten gibt. Das heißt, die Produktion hat zum aktuellen Zeitpunkt immer noch die Möglichkeit, Matches umzuwürfeln, solange das eben mit den Lichtern in den jeweiligen Matching Nights passt, kann man sich immer noch dafür entscheiden. Zu Anfang haben wir uns eigentlich schon überlegt, dass Kim Virginia und Mike ein Match sein sollen, aber jetzt gehen die ja tatsächlich in die Matchbox und wir haben für Mike so viel bezahlt und Kim Virginia ist unterhaltsam, Mike hat doch mehr abgeliefert, als wir eigentlich dachten. Wir wollen die beide nicht verlieren, wir wollen die beide noch nicht nach Hause schicken, wir wollen, dass die noch hierbleiben und eben noch Quote generieren. Wer sagt denn, dass sie das dann nicht nochmal umgeschmissen haben und dass sie das eventuell sogar regelmäßig machen, dass Perfect Matches doch nochmal geändert werden, wenn man möchte, dass irgendwelche bestimmten Leute noch weiterhin in der Sendung bleiben. Ein gutes Beispiel dafür ist auch, dass in der letzten Normalo-Staffel, wo zum Beispiel Henna mitgemacht hat und Carina, Sasa und so, in dieser Staffel, die haben ja die Matches schon in der vorletzten Matching Night gefunden. Aber zu diesem Zeitpunkt, da gab es mathematisch noch zwei Möglichkeiten. Es war auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich, eindeutig herauszufinden, wer die Perfect Matches rechnerisch sein müssen, da es zu diesem Zeitpunkt immer noch zwei Möglichkeiten gab. So, und die Produktion hätte zu diesem Zeitpunkt sagen können, okay, wir gönnen denen das Geld, wir wollen, dass die gewinnen, deswegen sagen wir, diese Konstellation ist richtig, was die auch gemacht haben. Sie hätten aber auch sagen können, nö, die sollen verlieren, also sagen wir, die andere Konstellation ist richtig und keiner hätte es ihnen nachweisen können. Und das habe ich ihr auch gegeben die ganze Zeit, sie mir nicht immer und ja, da sind wir nun, da stehen wir. Guck mal, natürlich ist es so, dass sie mir da auch leid tat. Ich weiß das auch, ich habe es auch mitbekommen, ich habe auch mit Tisi geredet und so, ich weiß, wie das da war. Aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt aus Mitleid auf meine Werte scheißen muss oder scheißen soll, um aus Mitleid dann einem wieder eine Chance zu geben. Wisst ihr, wie ich meine? Natürlich tut mir das auch leid und ich wollte auch, ich wollte sie auch nicht da so, dass sie, dass das so weit kommt, dass sie da irgendwie weihen muss oder so. Wollte ich nicht, aber da gehören zwei zu so. Und ja, dementsprechend ist das halt so gelaufen. Aber ich verstehe, ich gucke mal, so wie sie mit Tisi da geredet hat, diese Vermutung, dass sie so ist, hatte ich die ganze Zeit schon. Also so unter diesen Umständen habe ich sie da schon so wahrgenommen und kennengelernt und ich wusste, da muss man, da muss man, dauert halt bis sie diese Wand fallen lässt. Und sie hat sie halt bei mir fallen gelassen und da war ich auch froh drüber. Nur am Ende war es dann so, dass das so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Guck mal, natürlich fand ich das auch scheiße. Also natürlich ging es mir dann auch nicht gut dabei, wenn ich das gesehen habe und so. Ich hasse das, wenn Menschen weinen und dann auch wegen mir weinen, ist das noch viel schlimmer. Ich mag das gar nicht. Ich mag das nicht. Ich will das nicht. Ich mag das einfach nicht. Aber da in der Situation war es halt nicht anders zu handhaben. Hätte ich sie jetzt da so zum Beispiel im Arm genommen oder irgendwie oder sowas, dann hätte sie vielleicht schon wieder Hoffnung geschöpft oder so. Und das wollte ich ihr da gar nicht geben. Und sie musste wissen, dass das für mich ein Cut ist und dass das Ding da over ist. Und das ist hart, aber aus Mitleid kann ich ja nicht mich verlieren, um andere jetzt, um sie jetzt wieder glücklich zu machen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich kenne meinen Wert. Ja, ich habe da jetzt nicht nochmal unterbrochen, weil ich glaube, ich vorhin schon genug gesagt habe zu den Themen Mauer einreißen lassen und standhaft bleiben bezüglich seiner Werte und so. Ja, das war es auf jeden Fall mit Mikes Statement. Ich fand es sehr gut, sehr informativ. Bin sehr gespannt auf eure Meinung, was ihr davon haltet. Und wie immer gilt, falls es euch gefallen hat, dann hinterlasst doch sehr, sehr gern einen Daumen nach oben. Dankeschön für alles, was ihr mir gebt. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Mua. Tschüssi.